Na, schmecken? Was sind das noch mal? Die Hilbenbären. Na ja, eine Bauchflühe. Guck mal, der reicht ein bisschen mehr als die Dinge. Gemüse und Obst. Der Wäscher ist der Geilste. Der sucht sich die richtig direkt aus. Der macht halt voll Profi, gell? Und zack, nam 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 nam. Wenn man jetzt mal rechtet, wie teuer Himbeeren sind, wenn du sie kaufst, soll man meine Hunde da grad verschlingen. Boah, jetzt hat das, guck mal, eine ganz dicke Karte. Und zack. Ihr seid geschenkte Teuer. Ja. Guck mal da, der Dakota holt sich nur die Dicken. Siehst du das? Der ist hier an den ganzen Kleinen vorbei und dann hat er sich die Dicken geholt. Hier, der Bett holst du aber nur die guten, guck. Das ist ja hingefallen. Nee, das ist ein Scheißding. Guck mal, da sind wir drei Jahre nach Bucke. Na komm, drei Länder doch immer. Hm? Aber das grünzt da drinnen, wenn die was mit abgebissen haben, das spucken die wieder aus. Kommt wieder zu. Kommt wieder zu. Kommt wieder zu. Pachi, komm mal hier. Den sehe ich da. Den sehe ich im Wettersmaul. Pachi, du musst hier. Pachi, guck mal hier. Wenn du die lässt, die fressen das ganze Ding sauber. Oder die sind eh immer nur für die Schwebegröße. Aber der holt sich richtig gut da hier auch. Der ist ja nicht blöd. Der reißt aber auch die ganzen Dinger raus und dann spuckt der den Rest aus. Dann haben die heute schon Kirschen gefressen. Den hatte sich geholfen. Zack. Den habe ich eben die ganze Zeit gefilmt. Wusste, dass er den nimmt. Danke. Danke.